Hallo euch meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Vor ein paar Tagen habe ich euch ja von den alten CSGO Operations erzählt und euch dann am Ende gefragt, welche Missionen ihr euch am ehesten vorstellen könnt, beziehungsweise, falls man dabei war, welche man am besten fand. Und es hat sich dabei herausgestellt, dass sehr viele so wie ich denken und sagen, also solche Bot-Missionen, oh, die sind schon geil. Und diesbezüglich gibt es Neuigkeiten. Let's go. Und mir, du steckst in die gleichen Kopfnuss, weißt du das? Borrecht mich der scheiß Stein auf! Letzte Woche gab es ja ein circa 600 MB großes Counter-Strike-Update und Abfahrt hat unter dem Video dazu gesagt oder vielmehr gefragt, ob da nicht auch was versteckt sein könnte. Und ich habe gesagt, ja, könnte, muss nicht, aber es könnte sein. Und wisst ihr was? Da war was versteckt. Game Follower, der alte Kukulori, hat diese neuen Strings gefunden und diese weisen nach seiner Aussage auf Missionen oder vielmehr Quests in Operation hin. Und das sieht tatsächlich auch so aus. Hier ist von Quests die Rede, Player-Quests. Auch Mission kann man hier lesen, so wie ein Scoreboard für die gesamte Geschichte. Um was für Missionen es sich jetzt hier im Genauen handelt, weiß man natürlich nicht. Man sieht nur, dass in die Richtung weiter gewurschtelt wird. Und das erfreut natürlich einige in der Community. Euch? In den Videos, in denen es um die alten Operations ging, habe ich ja erklärt, was man zum Beispiel bei den Bot-Missionen machen musste, durfte oder sollte. Da gab es praktisch zwei große Unterscheidungen. Einmal die große Mission, da bist du mit einem Kollegen zusammen durch einen Missionsstrang gelaufen. Es kamen immer wieder Bots in verschiedenen Varianten und verschiedenen Situationen. Also du wurdest überrascht oder verfolgt oder sonst was und du musstest irgendwas erledigen. Also eine richtige Mission zum Durchspielen. Also einfach Counter-Strike Singleplayer praktisch oder halt, ja, Koop. Aber nicht gegen Menschen, sondern halt gegen Bots mit einem Missionsumfeld. Und dann gab es noch die Wellen-Modi. Die waren sehr nice, vor allem gab es davon viel, viel mehr, weil die auch insgesamt natürlich einfacher sind. Du bist auf einem gewissen Bereich der Map und es kommen andauernd Bots auf dich zugerannt. Immer mehr werdend, immer stärker werdend. Und du musst halt so und so viele Kills machen, so und so lange überleben. Oder du musst mit gewissen Waffen Kills machen. Das war dann nochmal unterteilt von der Schwierigkeit her. Ja, einmal in Waffen, die du dir kaufen kannst, also dass du bei City bist und du musst halt M4-Kills machen. Das hieß aber auch, dass du halt zuerst Pistolen-Kills machen musst und vielleicht mit anderen Waffen arbeiten musst, die dir Bots fallen lassen, bis du genug Geld hast, um den M4 kaufen zu können. Und dann gab es aber auch nochmal die etwas schwierigeren, waffenspezifischen Missionen. Da musstest du dann Kills mit einer Waffe machen, die du gar nicht kaufen konntest. Das heißt, du musstest zwingend darauf warten oder hoffen, dass die Bots diese Waffe mitbringen in einem ihrer Ghosts, den Bot killen, die Waffe abnehmen und dann damit die nächsten paar Runden halt überleben und die Kills machen. Also zum Beispiel ganz einfach, mach 20 AK-Kills. Aber du bist bei City. Du musst also erstmal zu einer Welle kommen, in der die Gegner dann auch tatsächlich AKs haben, die dann killen, die Waffen abnehmen und dann konnte man erst diese richtige Mission praktisch beginnen und eben auch beenden. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem konnte man daraus coole Videos machen. Das war halt einfach nice, natürlich auch für die, die es noch gar nicht geschafft haben, zu gucken ab, wir haben dies geschafft. Ach, die haben sich in dem Bereich gesetzt und da so ein bisschen gecampt oder haben viel mit Util gearbeitet. Wenn der Juggernaut kam, haben sie ihn versucht zu tasern, weil in manchen, ich glaube in allen Situationen am Anfang der Juggernaut von einem einzigen Taser immer umgefallen ist. Ich weiß nicht, ob er später mehrere Taser überlebt hat, aber Taser war immer eine nette Sache gegen den, ich weiß nicht, ob man ihn zwingen von hinten oder auch von vorne, ich glaube das war sogar egal. Aber ja, es gab natürlich verschiedene Herangehensweisen, wie man dann diese spezielle Mission machen konnte. Natürlich könnt ihr zu 100% damit rechnen, dass wenn diese Missionen endlich da sind, dass ich dann ordentlich reingrinden werde. Um aber nochmal ganz geschwind auf den Tweet zurückzukommen und vor allem auf die sicher aufkommende Frage, was heißt das jetzt? Bedeutet das etwa, dass es bald Missionen geben wird, eine Operation geben wird und so weiter und so fort? Das heißt es nicht, das heißt nur, dass es irgendwann soweit sein wird, aber wann? Da wissen am Ende natürlich nur die Volvos Bescheid. Wir können nur rätseln, raten, mutmaßen und so weiter und so fort. Diese Sache heißt eigentlich nur eins und zwar, dass daran gearbeitet wird. Und woran wir jetzt noch arbeiten, ist ein Giveaway. Es gibt für euch dieses Souvenir Negev Bulkat zu gewinnen. Und ich weiß, Negev und so, weiß ich jetzt nicht, spielt man nur zum Trollen. Aber naja, immerhin sind da goldene Sachen drauf. Also man glänzt beim Trollen. Um hier mitzumachen, beantwortet ihr einfach folgende Frage. Und zwar, glaubst du, glaubt ihr, dass dieses Jahr noch eine Operation kommt? Oder sagt ihr, na, ist schon ein bisschen knapp, siebter Monat, man weiß es nicht, dann bald Major und sowas. Eher nächstes Jahr? Oder seid ihr ganz fest der Überzeugung, dass dieses Jahr noch eine Operation kommt? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Zusehen, für eure Kommentare, für die Likes. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Livestream ab 18 Uhr, Gottes Willen. Und ja, oder halt dann im nächsten Video. Vielleicht kommt morgen auch schon direkt das nächste Mal schauen. Es gibt noch eine Sache, die ich hier einbauen wollte, aber ich dachte mir, naja, heute ist nicht so viel Zeit. Und das Video geht wahrscheinlich auch schon seine, keine Ahnung, fünf, sechs Minuten. Machen wir dann morgen. Haut da rein. Danke für alles und bis dann. Bye, bye.